Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zur Board Game Theory. Ja, neue Woche, neue Folge und wie immer mache ich das nicht alleine. Und heute mache ich es sowieso nicht alleine. Das wäre ganz komisch, weil Dennis und ich sind kein Paar. Es geht ja heute um das Spielen als Paar und deswegen ist neben dem Dennis, hi Dennis, auch seine wunderbare Frau Lisa mit dabei. Hi Lisa. Hallihallo. Ja, wir haben uns überlegt, jetzt so vielleicht durch die Weihnachtszeit inspiriert spielt man ja oft auch als Paar zusammen. Und wollten da mal so ein bisschen von euch beiden jetzt hören, exemplarisch, wie das denn so ist. Und da das ja im Grunde eine Art Interview ist und Lisa jetzt das erste Mal hier dabei ist, müssen wir natürlich eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit die Leute, die haben ja schon oft von dir gehört. Dennis erzählt ja regelmäßig von euren Spieleabenden gemeinsam. Und dass du ja auch immer alles anmalst bei euch. Aber wir wollen dich auch nochmal so ein bisschen besser kennenlernen. Daher zuerst die Frage, wie bist du überhaupt zum Brettspielen gekommen, Lisa? Also ich bin klassisch zum Brettspiel bekommen oder bekommen eigentlich über meine Familie, weil wir früher schon die Klassiker gespielt haben, sowas wie Mensch ärgere dich nicht, Monopoly. Meine Eltern hatten Globetrotter auch irgendwie zu Hause. Das wurde dann so zwei, dreimal im Jahr ausgekramt und dann gespielt. Und später habe ich dann mit Freunden Brettspiele gespielt, aber auch eher so sowas wie Cluedo oder ja, vor allem Risiko, was wir gespielt haben. Und das war aber wirklich nur zwei, drei Spiele, die ich hatte. Und darüber habe ich dann tatsächlich auch Dennis kennengelernt, weil er der Bruder von einem besten Freund von einem Klassenkameraden war. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ach, wie cool. Was habt ihr da damals gespielt? Wisst ihr das noch? Haben wir Risiko gespielt, ich glaube. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir Risiko gespielt haben beim ersten Spieleabend, weil dann noch Marius und seine Ex-Freundin da waren und mein Bruder und wir beide. Und das war zu fünft und das muss Risiko gewesen sein. Und ich weiß auch, dass Marius und Marcel, also mein Bruder und sein bester Freund damals sich quasi gegenseitig ausgelöscht haben. Und ich weiß gar nicht, wer von uns anderen drei dann gewonnen hat. Aber ich weiß nur, dass die beiden die ganze Zeit aufeinander losgegangen sind. Ja, genau. Okay. Das war standardmäßig so. Dann seid ihr ja quasi Kuba gewohnt, wenn ihr durch Risiko euch kennengelernt habt. Direkt ein harter Einstieg in die Beziehung. Genau. Das waren lange Wochenenden. Ja, genau. Okay. Dann haben wir aber drei Jahre, glaube ich, uns gar nicht gesehen. Genau, richtig. Wir haben uns nur einmal gesehen, haben uns drei Jahre lang nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns beim Pen & Paper wieder gesehen und ich glaube auch wieder beim Brettspielen. Und dann sind wir zusammengekommen. Okay, also durchaus wirklich durch das Spielen eine Verbindung zueinander gefunden. Ja, sehr schön, sehr romantisch. Aber das heißt, Lisa, im Grunde hast du das Spielen mit in die Wiege gelegt bekommen und da bis ganz früh sozialisiert worden, dass Spielen was Tolles ist, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Genau, richtig, ja. Das war auch irgendwie so ein bisschen Spielekultur bei uns. Mein Papa hat klassischerweise Skat gespielt dann am Wochenende immer. Also es war irgendwie jedes Wochenende. Es wurde gekegelt. Gekegelt, ja, genau. Es ist ein Spiel, jetzt kein Brettspiel. Ja, aber so wie deine Familie das macht, ist das eher ein Spiel als ein Sport. Genau, wie das so war. Und lehnen und bedrehen, ne? Ja, genau, stimmt. An Weihnachten habe ich eine große Verwandtschaft, viele Cousins und Cousinen und da war es dann, haben wir lehnen und bedrehen gespielt. Es ist, ja, so ein bisschen wie Spicy, nur ohne Ende. Okay. Eine Runde mit einem normalen Kartenstock und, ja. Heißt auf Deutsch übersetzt Lügen und Betrügen. Lügen und Betrügen, genau. Im hohenbergischen lehnen und bedrehen. Ja, genau. Im Endeffekt haben mein Cousin und ich sind meistens bei den Runden, die mit sechs Leuten gestartet haben, zuletzt übrig geblieben und haben uns dann zu zweit belogen und bedroht. Es ist, es war immer ein Event irgendwie. Wir haben uns jedes Jahr schon neu darauf gefreut. Und Canasta haben wir auch gespielt mit Onkel und Tante. Ja, aber selbst, was du meintest mit Kegeln, da ist ja dieser Aspekt Gesellschaft dann auch viel stärker noch im Vordergrund. Man trifft sich einfach regelmäßig und, ja, geht einer Aktivität nach, die, ja, kein Mannschaftssport in dem Sinne ist, sondern, ja, eben Spiel. Daher finde ich, kann man das schon auch dazu zählen. Das ist einfach dann Spielen tatsächlich sehr tief verankert bei euch gewesen. Ja. Sehr cool. Und das heißt, ihr habt dann euch über Spielen kennengelernt und hattet ihr dann zu dem Zeitpunkt jeder schon eine eigene Sammlung und dann ist die gemerged worden? Oder wie ist das? Oder seid ihr dann gemeinsam quasi so ganz tief ins Hobby abgetaucht? Also es gibt so ein paar Spiele, die wir, die ich mitgebracht habe. Das ist vor allem so ein altes Monopoly gewesen, Hotel, was ich damals heiß und innig geliebt habe. Die große Spiele-Sammlung. Und ich habe, glaube ich, keine Spiele mitgebracht. Du hast nichts mitgebracht? Nein, ich habe nichts mitgebracht. Stimmt, weil ich glaube, du hattest auch die große Spiele-Sammlung, aber deine waren älter als meine und dann ist die irgendwann irgendwo hin verschwunden. Aber Skat-Stöcke hast du, glaube ich, mitgebracht, genauso wie ich. Okay, davon gab es auf jeden Fall genügend bei euch. Genau, sehr minimalistisch, aber die Spiele-Sammlung damals. Genau, und dann sind wir mal eingeladen worden. Also wir haben auch am Anfang, so das erste Jahr, war Spielen dann für uns auch gar nicht so wirklich wichtig. Oder halt, also nicht analoges Spielen, sondern dann digitales Spielen, wenn dann überhaupt. Also wir haben dann viel an der Playstation gespielt. Genau. Und am PC haben wir auch gespielt. Auch gegeneinander am PC. Also wir haben so Sachen wie Command & Conquer, Tank, Tank. Tank haben wir viel gespielt. Genau, so Sachen haben wir dann gespielt. Und dann hat mein Trauzeuge, der damals einfach nur mit meinem bester Freund war, hat uns dann eingeladen in seine damalige WG zum Dominion spielen. Okay. Das muss 2010 gewesen sein. Ja. Okay, und das ist ja, das hattest du ja schon mal erzählt, Dennis, wenn ihr euch erinnert, vor, gut, zwei Jahren jetzt, war Dominion ja für dich auch der Startschuss und damit dann für dich auch, Lisa, ja? Also da wart ihr beide quasi gehuckt. Genau, richtig. Das fanden wir so gut, dass wir es uns dann auch kurze Zeit später gekauft haben. Wir sind dann extra nach Köln gefahren ins Brave New World. Genau. Und haben wir uns da dann Dominion gekauft beim ersten Besuch in Brave New World? Oder hatten wir Dominion da schon? Ich glaube, Dominion haben wir uns so gekauft. Wir sind aber ins Brave New World gefahren, weil wir noch was anderes haben wollten. Und wir wussten, dass wir da eine Brettspielberatung auch kriegen. Weil ich war da vorher schon mal gewesen, hatte aber nichts mitgenommen. Ich war eher wegen Fan-Merch da gewesen und wusste aber, dass die auch, ja praktisch Dennis kannte, hat er auch schon mal davon gehört. Und wir wussten, dass die da halt auch ganz viele Brettspiele haben und da auch beraten können. Und deswegen sind wir dann da hingefahren. Und haben dann entweder Battlestar Galactica oder Legendary Encounter gekauft? Ich glaube, wir haben erst mal Battlestar Galactica gekauft. Ja, und dann haben wir Legendary Encounters, die haben wir erst später gekauft. Danach dann. Ein paar Jährchen später. Ja, manchmal ein paar Jährchen. Das muss auch relativ zeitnah daran gewesen sein. Dann haben wir noch Andromeda gekauft. Also hier Pegasus-Erweiterung meine ich von Battlestar Galactica. Genau, aber wir haben erst mal Battlestar Galactica und das andere haben wir erst etwas später. Munchkin haben wir auch da gekauft. Ja, ich hatte, genau, Munchkin hatte ich tatsächlich auch schon. Ja, okay. Ein, ich glaube. Ein, so zwei, diese Box. Ja, und ich glaube, ich hatte sogar noch mehr. Und dann habe ich mir, als wir zusammen da waren, den Sulu noch gekauft, genau. Und damit haben wir festgestellt. Damit haben wir dann ein großes Learning daraus gezogen. Nämlich, der Rest war auf Deutsch, das war auf Englisch, dass das nicht funktioniert. Ja, verstehe. Okay, aber mit Munchkin hattest du ja auf jeden Fall dann schon so ein bisschen, ja, was Exotischeres, sage ich mal. Das war jetzt nicht so ein Hotel oder Monopoly, diese Spiele, die einfach alle mehr oder weniger kannten, sondern Munchkin war schon so ein bisschen aus dem Hobby raus dann schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Hier, wie ihr dann an eure Spiele kommt, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Aber bevor wir dazu sehr abdriften, hast du denn jetzt 13 Jahre vorgespult, eine aktuelle Top 3, Lisa? Ja, und zwar muss ich sagen, ich liebe es, Thulu Death May Die zu spielen, weil ich das total toll finde. Haben wir kürzlich noch mit einer Kollegin gespielt, die jetzt neu mit im Hobby ist, so tief einsteigen. Das ist total cool, wenn man die direkt mitnehmen kann. Dann spielen wir in letzter Zeit häufig Tiefsee, Abenteuer, das finde ich ziemlich cool, weil das einfach so ein schönes Absackerspiel ist oder so ein kleiner Start dazwischendurch oder am Anfang eben. Und Obsession finde ich momentan total toll. Natürlich gibt es natürlich auch so Sachen, die so auf der All-Time-Favorite-Liste sind, die rücken dann irgendwann nach oder es gibt was, was demnächst wieder ein Favorite oder was ein Favorite werden könnte. Aber wenn ich mich jetzt auf drei beschränken muss, dann würde ich die drei aktuell sagen. Cool. Ne, finde ich immer ganz interessant. Also eben nicht so die All-Time-Favorites sind auch spannend, aber so gerade, was dich aktuell quasi umtreibt, ist auch sehr schön. Und wenn du eine Spielerfarbe aussuchen müsstest oder dürftest? Ja, das weiß jeder, dass das standardmäßig grün bei mir ist. Die macht mir zum Glück auch kaum jemand streitig. Wenn wir dann jemanden mit dabei haben, der auch grün haben möchte, dann weiche ich auf lila aus. Wenn kein lila da ist, gibt es schwarz oder weiß und meistens habe ich damit alles abgedeckt. Okay, okay. Sehr gut. Ja, cool. Okay, dann haben wir ja schon mal dadurch so ein bisschen einschätzen können. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer bei uns grün nimmt. Naja, egal. Der muss dann halt zurückstecken, wenn du mitspielst. Gut, dann lasst du nochmal direkt zurückspringen zu dem eben, wo ihr gesagt habt, ihr wart im Brave New World und habt dann die Spiele gekauft. Das klang jetzt so, als ob ihr das schon stark absprecht. Und ich erlebe euch ja, oder jetzt dieses und letztes Jahr habe ich euch ja zumindest so aus der Entfernung auf dem Spiel erlebt. Da geht ja immer dann beide irgendwie intensiv drüber. Und Dennis erzählt dann ja auch abends dann immer so, das hat man uns auch angeguckt oder ich rede nochmal mit Lisa darüber. Wie stark entscheidet ihr das beide, was in die Sammlung einzieht? Also ich würde sagen... Paritätisch, 50-50. Ja, genau. Außer Dennis hat irgendwas irgendwie schon auf dem Schirm gehabt oder getestet, von dem er sagt, boah, ich weiß auf jeden Fall, das gefällt dir total gut oder das ist ein Spiel, von dem kann ich mir vorstellen, dass wir das mit unserer Gruppe total gut spielen können. Dann bringst du das auch so schon mal mit. Oder wenn du irgendwas auf dem Spiel gesehen hast, was du total gut findest. Aber wirklich über die meisten Sachen, weil wir die ja auch... Das Ziel ist ja immer, das zusammenzuspielen, unterhalten wir uns auch vorher. Also ich kriege auch manchmal, wenn ich in meine Nachrichten auf der Arbeit gucke, habe ich dann schon so Kickstarter-Sachen links geschickt gekriegt, so nach dem Motto, hier guckst du dir mal an. Und ich werde auch abends danach gefragt, ob ich es mir angeguckt habe. Und unterhalten wir uns auch darüber. Also das ist wirklich schon... Ja, generell sprechen wir uns bei vielen Dingen ab. Und gerade bei Brettspielen sprechen wir in der Regel auch vorher immer drüber. Genau. Das ist dann halt kein... Das ist halt nicht so, du musst alles absprechen. Also Lisa kauft auch Spiele, ohne mir darüber zu sprechen oder so, weil sie einfach dann entscheidet für uns beide. Aber es ist irgendwie so ein innerer Antrieb auch, dass wir ja das gemeinsam entscheiden wollen. Deswegen sprechen wir über die meisten Sachen einfach drüber. Würde uns das Spaß und Freude machen, haben wir Interesse daran. Also gerade Kickstarter gibt es, glaube ich, nur einen einzigen, wo ich jetzt da mitgemacht habe bei dem Boardgame-Butler, weil ich abends noch reingeguckt habe, wie warst du schon am Schlafen und da lief die Zeit ab und du wärst auch bis morgens nicht mehr gewesen. Aber ansonsten machen wir da keine Kickstarter so solo, sondern dann sprechen wir einfach drüber, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Also ich suche dann die Kickstarter raus und Lisa ist dann quasi an der Stelle so ein guter Filter, um halt zu sagen, ist das wirklich was, was uns begeistert dann. Ja. Und in anderen Bereichen ist das dann umgekehrt, wo dann Lisa halt eher kommt und sagt, oh, das finde ich total toll. Und dann bin ich ja vielleicht derjenige und sagt, da brauchen wir das wirklich. Und dann, ja. So ergänzt sich das. Genau. Okay, also da kann man dann schon sagen, das ist eure Sammlung. Das ist nicht Dennis oder Lisas Sammlung oder jeder hat so ein Regal für seinen Kram, sondern es ist eure gemeinsame Sammlung als Paar tatsächlich dann auch. Ja, genau. Ja. So ist das. Genau. Und wir entscheiden auch zusammen, was aussieht. Also zum Beispiel, ne, aktuellstes Beispiel, haben wir Teotihuacan verkauft, weil ich liebe Teotihuacan, ich finde das total großartig und Lisa mag es überhaupt nicht. Okay. Und das heißt... Nein, wir waren keine Freunde. Genau. Und das heißt, dass wir dann sagen, dass ich dann auch sage, okay, dann kommt das halt auch weg, weil wir haben halt Anachrony, das zum Beispiel ja einen ähnlichen Spot bedient an Komplexität und so. Und das spielen wir immer eher spielen. Und da ich ja mit dieser zusammenspielen will, gibt es halt keinen Grund, Teotihuacan noch da zu haben. Und wenn ich es unbedingt nochmal meinte, oh, ich habe jetzt die Gruppe dafür, dann werden die auch dieses Spiel haben oder werden halt ein anderes Spiel haben, was so ähnlich ist, wo dann Lisa nicht dabei ist. Und deswegen, ja, ist das dann manchmal auch dann so, dass wir dann sagen, gemeinsam sagen, okay, das zieht jetzt aus, das ist halt für uns als Paar nicht das beste Spiel einfach. Genauso wie bei uns auch Kitchen Rush ausgezogen ist, weil Dennis das, ich würde nicht sagen, er mag es nicht, aber es ist einfach irgendwie was, was dann nicht gespielt wird. Also es ist einfach, da gibt es andere Dinge, die wir lieber zusammenspielen. Und wir wollen ja unsere Zeit zusammen irgendwie so gestalten, dass jeder Spaß hat. Dafür haben wir ja auch genug zur Auswahl im Grunde. Und dann spielen wir lieber was, was für uns beide was ist, anstatt, dass da einer einen Kompromiss machen muss. Okay. Also das heißt dann auch, ihr spielt wirklich die allermeisten Spiele gemeinsam. Ja, die meisten spielen wir zusammen, genau. Das Einzige, also das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, wo du halt keine Lust drauf hast, ist Elisabeth, wo ich auch noch nicht die Erste, das steht ja noch hier im Regal, und gespielt, weil es halt einfach zwölf Stunden dauert. Und da sagst du ja einfach, da hast du keine Lust auf diese Länge anspielen. Genau, das ist wie Twilight Imperium. Ich glaube auch, dass mir das sehr viel Spaß machen würde. Aber irgendwie ist mir das zu lang für, also ... Ja gut, dass es da jetzt so ein, zwei Titel gibt, wo man sagt, gut, die spiele ich nicht mit, aber die gönne ich dem anderen dann ja dann trotzdem, weil er da irgendwie dann eine Gruppe hat. Aber was ich jetzt tatsächlich den Spannanteil finde, dass ihr im Grunde, was kann man da sagen, 95 Prozent der Sachen gemeinsam spielt, noch mehr sogar, ja. Und das kriegt man ja immer bei dir mit, Dennis, auch in den Gezockt-Folgen ja vor allen Dingen. Ihr spielt ja nicht nur ihr beide, sondern ganz viel in unterschiedlichen Gruppen auch, ne? Ist das so richtig verstanden? Ich würde sagen, dass wir 99,8 Prozent wahrscheinlich nicht zu zweit spielen. Also das Häufigste, ich habe da gerade nochmal drüber reflektiert, das Häufigste, wenn wir zu zweit was spielen, ist, wenn wir ein Spiel lernen für die Gruppe oder so. Dann machen wir schon mal so eine Lernpartie zusammen. Aber in den allermeisten Fällen haben wir halt echt mittlerweile viele Gruppen, die wir mehr oder minder regelmäßig halt haben, wo wir halt spielen, was halt total schön ist, weil man halt mit Menschen halt dann sich trifft, wo man halt ein ähnliches Hobby halt auch hat und viele Wertvorstellungen teilt und dann einfach eine gute Zeit miteinander verbringen kann. Meistens essen wir ja dann noch gemeinsam und dann unterhält man sich ja auch vorm Spiel oder während des Spiels noch über, was passiert so. Und das ist schon, finde ich, eine hochqualitative Zeit, die man einfach dann mit Menschen, die einem nahe sind, verbringen kann. Ja, genau. Ja, also das ist wirklich so. Wir haben auch zwei Spielerspiele tatsächlich im Regal. Die kriegen wir auch geschenkt. Ja. Wir haben auch ganz süß zur Hochzeit Romeo und Julia Geschenke gekriegt, was ich eigentlich voll die schöne Idee finde. Das hat uns Dennis Trauzeuge geschenkt. Wir haben es aber leider irgendwie nie gespielt, weil, wie Dennis schon sagt, wir dann eher die meiste Zeit einfach noch mit mehr Leuten zusammenspielen. Okay. Also habt ihr so, kann man ja schon fast sagen, so ein bisschen Privileg, was ihr da habt, dass ihr so viele Gruppen und die Möglichkeit habt, so viel mit anderen Leuten in der Gruppe zu spielen. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dass ihr, oder ganz kurz, wie oft trefft ihr euch in der Woche? Wie viele Gruppen habt ihr die Woche? Also ich würde sagen, so im Schnitt, so wenn ich auf unsere Statistiken gucke, treffen wir uns so ein bis zweimal die Woche mit Leuten. Das ist so. Genau. Und dann haben wir eine Freundin, mit der treffen wir uns. Dann ist es eine Dreierkonstellation, mit der treffen wir uns. Mit der spielen wir dann Frosthaven, wobei sich die Gruppe, glaube ich, gerade erweitern könnte, weil wir noch eine Kollegin haben, die eventuell da, also von der wir hoffen, dass sie irgendwann mitspielen wird, Frosthaven. Die tastet sich noch gerade so ein bisschen. Fulhu hat ihr auf jeden Fall gefallen. Genau, Fulhu hat ihr gut gefallen. Das heißt, wir haben große Hoffnung. Und sie hat auch Hegemonie mitgespielt und hat es auch gar nicht schlecht gespielt, die Erstpartie. Und das muss man sagen, für jemand, der seit zwei Monaten ungefähr im Hobby ist. Ja. Das ist halt das, was ich immer wieder sage, man muss den Leuten das nur zutrauen. Und wenn die Leute selber sich das auch zutrauen, dann schaffen sie es halt auch. Dann kann das funktionieren, ja. Cool, okay. Genau, das ist die eine Gruppe und dann haben wir noch eine, da sind noch drei Leute mit dabei. Ja, und jetzt halt Steffen und Janin, ja die Neueste. Ja, genau, richtig. Easy Markus, mit Basti dann halt. Und das ist halt, natürlich hat man dann halt längere Abstände dazwischen bei vielen, weil das sind dann dann mit Kindern und weiter entfernt. Genau, aber man versucht schon quasi immer wieder auch das Spielen als Anlass zu nehmen, um sich dann zu treffen. Also manchmal treffen wir uns auch dann, haben die Spiele mit dabei und dann wird halt nicht gespielt, weil das sich einfach so ergibt. Dann unterhält man sich halt einfach nicht. Zeit, aber ich finde es auch so ein gutes, wir haben jetzt schon lange nichts mehr gespielt. Ja, da müssen wir uns nochmal treffen. Das ist so ein guter Anker, um mit Menschen einfach nochmal dann quasi was auszumachen, weil man muss überlegen, ja, was wollen wir denn machen? Ja, keine Ahnung. Sollen wir ins Restaurant gehen? Ja, wo sind wir da noch nicht gewesen? Und also diese ganze. Und das Spielen verbindet einfach auf einer anderen Stelle miteinander. Ja, genau. Und es ist halt. Es ist halt auch unstressig, weil man jetzt nicht das große Event irgendwie planen muss. Oh, wir müssen nach da fahren oder wir müssen keine Ahnung was organisieren, sondern nein, wir bringen was mit. Wir können quatschen, wenn wir Lust haben oder wir haben halt direkt was zum Spielen mit dabei. Das heißt, ein Programm ist schon gesteckt, das ist ganz locker. Dann sucht man sich aus, ob man was Aufwendigeres, auch je nach Tagesform, ob man jetzt was Aufwendigeres spielen möchte, was länger geht oder ob man sagt, hey, heute ist ein Tag der kleinen Spiele und dann gucken wir einfach mal, wie lange das geht. Das ist halt einfach super entspannt. Und dann schließen sich ja dann, also gerade wenn man so kleinere Spiele spielt, aus meiner Erfahrung auch, dann schließen sich ja auch Gespräche noch viel leichter an, weil man ja gar nicht so verkopft an die Spiele rangehen muss. Okay, das heißt, und wenn ihr jetzt das Scheiße spielt, gar keine Zwei-Personen-Spiele als Paar oder kaum, ja? Also wenn überhaupt, dann ist es, glaube ich, bei uns Star Wars Rebellion. Ich glaube, das ist halt, aber weil halt Star Wars Rebellion auch einfach so ein großartiges Spiel ist, dass wir da so ein bisschen sagen, wir haben es ja auch schon zu dritt probiert zweimal, das würden wir, glaube ich, auch nicht mehr machen, aber dass wir dann sagen, okay, das holen wir jetzt auf den Tisch, um es zu zweit zu spielen, weil das Spiel uns einfach so gut gefällt. Das letzte Spiel, das wir zu zweit gespielt haben und wir hatten uns vorher vorgenommen, wir möchten nochmal zu zweit was spielen, war was von Pile of Shame, das war Set a Watch, das haben wir Gebrauch gekauft. Und das hat uns irgendwie total frustriert. Wir haben uns eine Runde gespielt und danach, das war unser letzter Versuch und das bestimmt auch schon mindestens ein halbes Jahr her, wenn nicht sogar noch länger. Genau, jetzt haben wir halt uns, wir haben Seventh Continent, das haben wir uns zurückgeholt, das hatten wir längere Zeit verliehen, weil wir halt andere Sachen gespielt haben und das wird, glaube ich, so das Nächste, was wir dann zu zweit wieder ein bisschen länger dann spielen. Wir haben bis jetzt zwei Partien, glaube ich, gespielt davon, haben es dann verliehen gehabt und werden dann jetzt nochmal wieder bei Null starten und gucken, ob wir damit dann halt mehr zu zweit spielen. Okay, verstehe. Würdet ihr sagen, liegt das daran, dass ihr so viele Gruppen dann habt, dass ihr so wenig zu zweit spielt? Nee, ich glaube, das ist irgendwie, wenn wir zu zweit sind, dann spielen wir, glaube ich, eher Computerspiele zusammen. Okay. Das ist, glaube ich, eher so, ne? Genau, es soll einfach ein bisschen fauler an der Stelle, weil wir nicht auf- und abbauen müssen. Das machen wir halt einfach die Xbox. Also wir haben halt zwei Xboxen, die werden dann halt angemacht und dann wird halt zu zweit gespielt. Oder wir gucken halt was zusammen. Also wir gucken auch sehr viele Serien und Filme zusammen. Also da haben wir halt einfach viele, viele Sachen. Oder halt auch so Sachen wie was lesen, ne? Und dann bei Musik hören oder sowas. Das machen wir ja auch zusammen. Das ist für uns halt, also ich stimme zu, dass wenn wir nicht so viele Gruppen hätten, würden wir wahrscheinlich mehr zu zweit spielen, weil dann einfach diese, also wenn wir dann unterspielt wären wahrscheinlich und so jetzt aber sind wir halt, wie du gesagt hast, privilegiert, weil wir halt so viele Gruppen haben und können dann auch die meisten Spiele, die wir so haben, sind ja auch oft darauf ausgelegt, dass sie halt eher zu dritt oder zu viert oder vielleicht sogar zu fünft am besten funktionieren, ne? Ja, genau. Danach haben wir uns im Endeffekt ja auch so ein bisschen, das merke ich auch immer wieder, danach entscheiden wir auch so ein bisschen, welche Spiele einziehen und welche nicht. Weil wir uns eben auch überlegen, mit wem können wir es spielen, macht das überhaupt Sinn, weil das ist halt super frustig, wenn man was im Regal liegen hat und weiß, okay, hier kann ich es wieder nicht spielen oder es wird der und der Person nicht gefallen und dafür, wie gesagt, ist unsere Auswahl einfach zu groß. Ja, verstehe. Gut, dann das mit dem privilegiert würde ich dann ja sogar jetzt fast wieder ein bisschen einschränken, weil es klingt ja dann so, dass ihr das auch aktiv sucht, diese Gruppen und da Arbeit reinsteckt, diese Gruppen ja auch aufzubauen, klang jetzt so ein bisschen so. Ja, weil es ist trotzdem ja privilegiert, dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Ja, das stimmt. Nur, es ist kein Zufall, dass das so ist und ihr habt einfach, seid einfach, ist halt einfach so, sondern das ist eine aktive, aktive Entscheidung von euch, dass ihr als Paar in Gruppen spielt. Genau und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, ja, wir geben da aktiv Arbeit rein, weil wir das natürlich auch publik machen, dass wir halt gerne Brettspiele spielen und das offen vor uns her tragen und damit natürlich auch Menschen anziehen, die prinzipiell Interesse daran haben auch und das ausprobieren wollen und das ist schon ganz gut, weil dann hat man einfach, also dann hat man einfach mehr Möglichkeiten geschaffen. Das ist ja bei vielen Sachen so, wenn du damit publik bist, dann, wenn ich eine Wohnung suche und ich trage das offen vor mir her, dann geht das über Ecken und auf einmal lernt man dann Leute kennen. Also, und so haben wir ja den Daniel kennengelernt zum Beispiel auch, weil uns im Copyshop jemand gesehen hat, dass wir ein Print & Play ausdrucken und der gesagt hat, der Typ, der gerade rausgegangen ist, der kommt auch aus Siegen, der designt aber Spiele und dann haben wir uns darüber, haben wir dann irgendwie, habe ich den Daniel auf Instagram dann irgendwie kennengelernt und dann haben wir uns angeschrieben. Also im Prinzip, weil dieser Mensch im Copyshop gesehen hat, dass wir was mit Brettspielen zu tun haben, dann gefragt hat, wie wir da offensiv damit umgehen und dann uns mitgeteilt wurde, ach guck mal, das ist ja wie Person XY. Ja. Und wie viele von den Gruppen sind dann, sind das auch, wie viele davon sind auch Paare so? Also bei vielen sind Paare mit dabei, also das ist halt einfach so, das ist halt so ein typisches Ding auch, dass wir halt, dass wir halt auch viel in so, also mit Pärchen dann was machen, das ist aber gar kein zwingendes Muss, sondern das wechselt halt so, das. Also es sind, also es sind schon Paare auch, aber es sind selten Exklusivpaare. Meistens ist es so, wenn wir, wenn wir zum Beispiel bei Isi und Markus sind, dann sind die Kinder entweder noch mit dabei, bevor die ins Bett gehen oder dann kommt noch ein Freund von den Zweien, kommt noch mit dazu oder genauso unsere Spielegruppe hier, das ist auch ein Paar und dann kommt noch eine Person mit dazu. Also so rein als Pärchen-Ding eher weniger. Also genau, wird halt jetzt nicht forciert. Wir haben auch eine Gruppe, da ist jetzt zufällig so, dass halt, dass halt zwei ein Paar sind und das war halt vorher die Gruppe, wo der Daniel auch viel mit drin war, der ist momentan halt sehr beschäftigt, hat halt seinen Job und so weiter und kann oft nicht und das ist halt einfach eher Zufall, dass es dann ein Paar ist, aber es ist nicht so, dass wir das suchen oder forcieren, das müssten jetzt Pärchen sein, um halt dieses, man muss als Pärchen mit einem anderen Pärchen was machen. Das ist ja einfach auch so ein Stück weit die Lebensrealität unseres Alltags, dass, ja, einfach viele Menschen dann auch in der Beziehung dann sind, in der Langjährigen und dann trifft man halt dann auf Paare. Okay, verstehe. Okay, wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns an, so spielen in Paar, als Paar, das ist ja jetzt bei euch eher weniger das Spielen als Paar, weil ihr ja im Grunde wenig zu zweit Brettspiele spielt, sondern als Paar geht ihr raus und seid einfach Lisa und Dennis die Brettspielerinnen. So tretet ihr auch nur außen auf. Das ist schon immer, du sagtest es gerade schon, Dennis, ihr tragt das so vor euch her und nehmen euch das, nehmen euch alle so im Freundeskreis wahr? Also ist einfach klar, ihr seid die Brettspieler? Ja, jein, also bei den Brettspielern, also Isi und Markus zum Beispiel, Freunde von uns, die würden uns, glaube ich, nicht als Brettspieler wahrnehmen, weil sie selber sich, glaube ich, auch nicht als Brettspieler Paar wahrnehmen. Okay, interessant. Also klar, wenn gefragt wird, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja, die spielen schon viele Brettspiele und die haben viele Brettspiele, aber die nehmen uns da, glaube ich, dann nicht so wahr, weil sie dasselbe Level an Brettspiel ja mitbringen und wenn man dasselbe Level hat ungefähr oder ein hohes Level hat, dann ist das ja kein Ding mehr, sondern man versteht das einfach voneinander, dass das so ist und das ist ja nur ein Ding für Leute, die halt nicht so viel Erfahrung haben und nicht so viel damit machen. Für die ist das was Besonderes, dass es da ein paar gibt, was halt sagt, ja, wir spielen halt viele Brettspiele zusammen, weil ich glaube, dass viele Menschen das gerne würden, so von der Idee her, aber dann vielleicht nicht bereit sind, dann halt auch die Arbeit da reinzustecken, sich zu informieren, was sind die richtigen Spiele für uns, was müssen wir alles ausprobieren. Das ist ja einfach ein Level an Frust, auch was man halt mitbringen muss, um das rauszunehmen. Ich meine, bei uns jetzt hat das jetzt, glaube ich, also wir sind ja bei weitem nicht am Ende, aber so jetzt nach 13 Jahren würde ich sagen, so jetzt sind wir auf so einem Level oder 14 Jahre sind es ja mittlerweile schon, sind wir auf einem Level, wo wir sehr gut und intuitiv gucken können, was für Spiele wir miteinander spielen wollen oder was uns gefällt und so weiter. Vor allem wir sind, also wir haben jetzt auch festgestellt, wir sind wählerisch geworden mit der Zeit, einfach dadurch, dass wir viele Brettspiele haben. Was ich noch sagen wollte, ich würde sagen, ich sehe das genauso wie du, also unsere Brettspielfreunde, die selbst eine große Sammlung haben, würden das jetzt auch nicht unbedingt, würden uns jetzt so als Brettspielpaar wahrnehmen, aber ich finde im Arbeitsumfeld zum Beispiel, da auf jeden Fall, da bin ich sogar dann die Ansprechpartnerin, wenn es um Brettspielberatungen gibt. Okay. Wird dann halt gefragt, ja du Lisa, kannst du mir was empfehlen oder ich empfehle dann natürlich auch was, wenn ich dann höre, was zu Hause gespielt wird, dann gebe ich manchmal so ganz gerne Tipps, was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Hey, dir gefällt Kniffel, dann probier es doch vielleicht mit nochmal, also so irgendwelche Tipps um Kollegen dann oder leidern auch schon mal was aus. Ich habe jetzt einer Kollegin Hanabi ausgeliehen, das bei uns länger im Regal lag. Die haben vorher so Uno gespielt und sowas und das fand ich total mindblown, also es ist total begeistert davon gewesen, dass es so ein Brettspiel halt oder so ein Spiel halt auch gibt und ich glaube, darüber kommt man so außerhalb dieser Blase, wird man dann sehr schnell auch als Brettspielpaar und ja, halt auch so wahrgenommen dann. Ja, ihr spielt ja so viel, hast du da nicht eine Empfehlung an uns. Okay, aber es ist ja auch cool, dass man dann da auf einen zukommt, dass die Leute dann da nachfragen nach einer Empfehlung. Das finde ich ja immer ganz schön. So, okay, wenn ihr dann in einer Gruppe spielt, dann würde mich ja schon interessieren, da gibt es ja dann oft die Sache, ja, die beiden, die Lisa und der Dennis, die schießen sich immer die Sachen dazu. Wie ist denn die Konkurrenzsituation mit euch beiden dann in so einem Spiel? Wie viel Rücksicht nehmt ihr aufeinander im Spiel? Ich glaube, ich würde es jetzt nicht, also ich glaube nicht viel anders als zu allen anderen auch. Also wir sind beide ja nicht so die Spieler, die ultra-aggressiv spielen. Also du kennst mich ja vom Twilight Imperium spielen und in unserer Gruppe bin ich schon der Aggressive. So, und das ist halt minimal-aggressiv, würde ich sagen. So spiele ich halt auch nicht. Also wenn ich irgendwie so ein Spiel, ich versuche immer so mein Ding zu machen und wenn mich jemand stört, dann haue ich ihn ganz fest auf die Nase und dann ist dann meistens auch die Front schon geklärt. Deswegen haben wir untereinander. Der Dennis weiß das auch. Und ich glaube, aber du würdest mir auch niemals Punkte liegen lassen. Nein, also das würde auch nicht passieren. Ich kriege auch meistens, wenn wir zusammen gespielt haben, auch mit anderen und wir fahren dann irgendwie nach Hause, gibt es meistens auch noch eine taktische Brettspielbesprechung. Das ist sehr schön. Dann sprechen wir noch mal drüber, weiß ich nicht, wo man hätte noch was anders machen können oder was wir so gut gefunden haben, was der andere gemacht hat oder was man sich woanders noch abgucken könnte. Also das ist irgendwie ganz schön. Ja, das gibt es ja manchmal. Wenn man mit Paaren spielt, dass dann, ach ja, gerade bei so konfrontativen Spielen, dass die dann sehr, sehr mit Sandhandschuhen miteinander umgehen. Aber ich hatte, ich habe ja, ich habe ja Spiele, vor allem mit Dennis, aber wir haben ja auch schon mal gemeinsam gespielt, Lisa war es mit Dennis gemeinsam, letztes Jahr nach dem Spiel. Da hatte ich den Eindruck zum Beispiel ja auch gar nicht. Also das ist einfach, klar, man merkt natürlich, dass man sich kennt, aber das ist im Grunde, fand ich, genau wie mit allen anderen Gruppen, wo sich die Leute schon länger kennen. Fand ich da auch sehr angenehm. Das war mal ein bisschen anders, als wir angefangen haben, kooperative Spiele zu spielen. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass Lisa zur damaligen Zeit meine Freundin war. als wir Pandemie das erste paar Male gespielt haben, habe ich schon den Alpha-Spieler so ein bisschen hart raushängen lassen. Vor allen Dingen haben wir das mal mit Freunden gespielt, wo der weibliche Part auch so einen Hang dazu hat. Also diese Neigung hatte ich, weil ich da auch relativ jung noch Führungskraft war. Und das zu abstrahieren, dass ich hier nicht Führungskraft am Brettspieltisch bin, sondern einfach ein ganz normal gleichberechtigter Spieler, wie halt alle anderen auch. Das hast du mir aber gut widergespiegelt auch, sodass ich halt dann davon lernen konnte. Und so, pass mal auf, das hat mir halt einfach keine Freude gemacht, mit euch beiden zu spielen. Das war für mich halt kein schönes Erlebnis. Und dann fängt man, also ich habe dann für mich angefangen, darüber nachzudenken, okay, ich will ja eigentlich, dass meine Mitspielenden ein schönes Erlebnis haben. Was muss ich denn dann an mir machen? Und wenn ich jetzt sehe, bei kooperativen Spielen, den Zug würde ich aber anders machen. Aber zwei andere sind halt, sich darüber unterhalten, also mit Cthulhu oder so, wenn Mareike und du dann halt irgendwas diskutieren oder bei Frostheim, das machen wir jetzt so, dann machen wir das halt so. Weil im Endeffekt gibt es ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern es gibt Entscheidungen, die zu 70% richtig sind, zu 65% oder zu 73%. Letztendlich macht es einfach null Unterschied, ob man den einen Weg oder den anderen Weg geht. Weil am Ende geht es um den Spaß. Im Endeffekt, ja, das ist ja dieses typische Alpha-Spieler-Problem. Im Endeffekt, das ist ja auch, warum Patrick, ein Freund von uns sagt, er spielt keine kooperativen Spiele, weil wenn ich da so überzeugt von dem bin, kann ich es halt auch alleine spielen. Wenn ich denke, dass ich den Weg kenne. Genau, das war der Punkt, aber das haben wir ja gar nicht mehr, beziehungsweise bei kooperativen Spielen schauen wir uns vorher an, wie die funktionieren und versuchen abzuwägen, inwieweit das Problem auch auftreten könnte, weil das generell ja dann in meiner Welt zumindest nicht gut ausgebalanced ist. Also ich finde es immer gut, wenn man da einen eigenen Freiraum auch immer hat, selbst wenn man zusammen Entscheidungen trifft, aber man hat eigene Aktionen, die man ausführen kann und für sich dann schon überlegen kann, was kann ich mir jetzt an der Stelle trotzdem rausnehmen, was der Gruppe hilft. Und das funktioniert bei Sulu oder bei Frosthaven halt gut. Ja und Pandemie ist ja nun auch so das Parade-Ding für Alpha-Spieler. Also es ist halt so einfach, die Leute zu steuern, wenn du das so ein bisschen auch kannst. Also es ist, finde ich bei Pandemie gerade, sehr schwierig, sich dagegen zu erwehren. Es liegt quasi so auf der, und da stimme ich dazu, Lisa, es ist im Grunde keine Qualität, also es spricht nicht für die Qualität des Spiels, wenn das sehr einfach gemacht wird. Das ist Alpha-Spieler. Ja, ja, nee, nee. Ich habe vom Skat-Spielen kommen und es gewohnt bin, Karten mitzuzählen. Und das habe ich bei Pandemie halt auch gemacht. Und ich kann halt Karten mitzählen und dann relativ schnell natürlich auch Wahrscheinlichkeiten sagen, die jetzt kommen. Also wir haben jetzt, die drei Karten sind weg, es waren aber noch die fünf Karten in der ersten Runde dabei, da müssen jetzt die beiden kommen. Das wird da und da passieren. Wie willst du dagegen argumentieren? Dass das natürlich für die Leute so ein bisschen auch vielleicht ihren Spaß rausnimmt, das musste ich dann gespiegelt bekommen, weil dagegen so Fakten kannst du ja nicht argumentieren, aber darum geht es ja gar nicht, ob das ein Fakt ist oder nicht. Ja, aber das ist ja, was Lisa meinte, sowas wie in Frosthaven oder jetzt Cthulhu, das Medaille habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber bei Frosthaven oder Gloomhaven, da kann man drüber diskutieren, aber da gibt es ja keine Fakten, bis es nicht dann ausgeführt wird, weil du weißt nicht, was wird denn vielleicht jetzt für Karten gezogen von den Monstern? Du hast immer noch diese Modifier-Decks, also es sind noch so viele Unwirksamkeiten dabei, da ist es ja viel leichter, so auch dieses eigene Gefühl einfach zu sagen, ich will das einfach jetzt so machen, ich fände das gerade cool für mich. Genau, richtig. Aber wie ist denn das dann? Spielt ihr eher konfrontative Spiele lieber oder seid ihr eher so auf der kooperativen Seite unterwegs? Also ich glaube, das ist schon gemischt. Also ich spiele sehr gerne auch kooperative Spiele, aber ich mag es halt auch schon mal sowas wie, weiß ich nicht, Tapestry oder sowas zu spielen, wo man dann halt auch gegeneinander spielt. Es darf auch schon mal auf die Nase geben. Wir haben jetzt neulich auch noch mal Blood Rage gespielt. Das macht mir jetzt nichts. Das Einzige, das ist aber mein persönlicher Geschmack, was ich nicht gerne mag, ist, wenn ich mir mühsam etwas aufgebaut habe, weil ich baue mir gerne eine Maschinerie auf, die dann irgendwann laufen muss, wenn mir die vorher kaputt gemacht wird. Garstigerweise kaputt gemacht wird. Ja, garstigerweise mit böser Absicht kaputt gemacht wird. Das hat dann eher nichts mit unserem, das wäre dann auch egal, mit wem ich das spiele. Das hat jetzt, wir spielen durchaus auch konfrontative Spiele. Genau. Aber das ist dann ja einfach so ein persönlicher Spielermodus. Genau. Finde ich auch okay, dass man sagt, das gefällt mir einfach nicht, wenn da was kaputt gemacht wird. Und dann fallen einfach eine bestimmte Art Spiele auch dann halt einfach raus. Ja, genau. Und ja, wir spielen, glaube ich, wirklich, das ist so, dann gibt es halt Phasen, da spielen wir halt mehr konfrontative Spiele, dann gibt es Phasen, da spielen wir kooperative Spiele. Aber ich könnte es jetzt auch nicht einordnen, dass wir es jetzt so und so machen. Und was stimmt, ist, dass zu seichte kooperative Spiele, da steige ich dann aus, da bin ich dann halt, da habe ich dann keine Lust drauf oder so. Und dann lassen wir das halt auch sein, einfach weg. Oder wenn es halt zu hart konfrontativ ist, dann bist du halt raus. Da hast du halt dann keine Lust drauf. Und dann in dem Spektrum dazwischen probieren wir uns einfach aus und entscheiden dann immer, finden wir gut, finden wir nicht gut. Also wir haben auch ganz viele Spiele schon, wo wir gesagt haben, nach der ersten Partie unisono, ja, das war jetzt cool, aber wir brauchen es nicht für uns. Wir würden es nochmal mitspielen, aber wir brauchen es jetzt nicht für uns in der Sammlung zu haben, weil das reicht dann, wenn die eine Gruppe das hat und dann können wir das alle zwei Jahre da mal spielen und dann reicht das auch. Da sind wir schon sehr schnell. Ja, das habe ich jetzt schon öfter auch im Gespräch mit dir, Dennis, immer wieder mitbekommen, wo du gesagt hast, ja, das ist cool, aber das ist nichts für Lisa und dich, weil ihr habt schon Spiele, die einen ähnlichen Spot besetzen. Das finde ich immer ganz spannend, ehrlich gesagt. Okay, also das heißt, das wechselt so ein bisschen und es ist ja auch schön, wenn man, obwohl man als Paar sehr viel gemeinsam spielt und in Gruppen spielt, wenn jeder so die anderen Sachen hat, die er für sich toll findet und wo der andere dann eben nicht dabei ist. Ja. Gehört ja irgendwie auch dazu. So, jetzt, ich muss mal nochmal zurückkommen auf dieses, dass ihr wenig zu zweit spielt. Jetzt weiß ich ja, dass der Dennis auch einen Netrunner zu Hause liegen hat und auch heiß auf das Star Wars Unlimited ist. Wie ist denn das? Ist dann der Plan, dass ihr dann sowas zum Beispiel nächstes Jahr gemeinsam startet oder in der Gruppe dann eher? Also ich glaube, es gibt halt genug Spieler, auch mit denen ich das dann spielen würde hier in der Gegend und du würdest das garantiert auch spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich mag auch Deck-Building-Spiele und sowas. Also, ja. Ja, also bei Netrunner haben wir uns einfach nur noch nicht hingesetzt und das gemacht. Das ist einfach Faulheit gewesen bisher, das zu machen. Das wird aber irgendwann jetzt auch kommen. Das ist aber jetzt auch, Tina und Jen sagen es ja immer so schön, nach der Spiel fängt die Saison an und bei uns genauso, dass wir halt im Frühling, Sommer sind wir halt auch einfach viel so draußen und unterwegs halt. Und jetzt in der dunkleren Jahreszeit, da wird dann einfach auch mehr gespielt und dadurch, dass ich ja sehr flexibel und selbstbestimmt meine Arbeitszeiten bestimmen kann, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir halt uns, weil Lisa im Einzelhandel arbeitet, unter der Woche dann schon mal so einen Tag zur Hälfte oder so frei raulen können, wo wir uns dann einfach auch hinsetzen und sagen, lass mal was spielen oder wenn ich jetzt wirklich anfangen sollte zu malen, dann müsste ich ja mit Lisa daneben sitzen und wir würden das gemeinsam dann in der Stelle machen. Ja, genau. Okay. Also das heißt, demnächst werdet ihr dann beide mal Netrunner spielen. Ich hab dir das ja letzt extra nochmal erklärt, die Regeln. Ja, ja, ja. Ich bin immer noch schlechter drin und du musst mir so erklären, dass ich es gut kann und dann verliere ich auch wahrscheinlich gegen Lisa nicht jedes Spiel. Ja. Wir haben es noch nicht einmal probiert. Nee, wir haben es noch nicht einmal probiert. Du wirst ja gar nicht, wie es laufen würde. Nee, genau. Ja, du würdest wahrscheinlich gewinnen, so wie das halt so ist bei uns bei so Spielen. Ich erwarte, dass ihr das nächste Mal bei der nächsten Gezockt-Folge, dass ihr das endlich gespielt habt. Ja, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich bin jetzt nächste Woche, die ganze Woche in Berlin. Das wird schon schwierig. Ja, okay. Aber mal gucken. Aber vielleicht schafft ihr es ja. Vielleicht schafft ihr es. Ich bin gerade selber wieder ganz angeheizt von Netrunner. Nee, aber du hast es gerade gesagt, Dennis, zu malen beginnen. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf. Das ist ja ein Teil des Hobbys, das Anmalen von Sachen und das ist ja etwas, was bei euch beiden quasi exklusiv von Lisa ausgefüllt wird, diese Rolle, nicht wahr? Genau, richtig. Also ich habe das tatsächlich kennengelernt über meinen Ex-Freund. Der hat Tabletop-Figuren angemalt. Da habe ich auch mal probeweise, weiß ich nicht, einen so einen Goblin angemalt und fand das irgendwie ganz cool. Und dann war ich nicht mehr mit ihm zusammen und damit ist es dann herausgezogen. und vor ein paar Jahren, ich glaube, wir haben uns Quartieros gekauft, habe ich mir gedacht, doch, ich fände es irgendwie voll cool, die anzumalen, weil ich auch sonst sehr gerne, also auch digital gerne zeichne und auch so gerne, weiß nicht, mit Farben arbeite und so und habe mir gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, wenn die bunt wären, weil die halt so comichaft aussehen und es gibt den Figuren total viel und dann ... Hast du aber angefangen mit Saltlands. Genau, habe ich mit, genau, weil ich wollte die schönen Würfel nicht direkt falsch oder unschön anmalen. Deswegen bin ich dann auch relativ spontan in den Brettspielladen hier gegangen und die verkaufen auch Tabletop-Sets und auch Farben und habe gesagt, ich möchte damit gerne anfangen, was brauche ich dafür? Und die haben mir so ein Starter-Set mitgegeben und haben mir auch Tipps gegeben und dann habe ich das auch so von Knall auf Fall, von heute auf morgen, habe ich damit angefangen und habe zuerst Saltlands angemalt, die Autos und ... Und danach noch gleich Quartiros. Ja, dann ging es direkt mit Quartiros los und ich habe dann zwischendurch auch noch so einzelne Figuren aus Gloomhaven angemalt, die Spielerfiguren. Genau. Nicht alle, aber das, was gerade so gespielt wurde und ... Und was du dann am schnellsten durchgezogen hast, war Anacrony, glaube ich. Ja, ja. Ja, genau. Die kannst du ja so massenmäßig verarbeiten, immer so wie aus einem Set einmal zusammen. Genau. Und jetzt momentan arbeite ich immer noch an Bloodrage. Die sind noch nicht fertig und ich habe natürlich Scythe auch komplett angemalt. Ja, stimmt. Das war ein sehr schönes Projekt. Davon habe ich schon gehört, ja. Mehrfach. Ja, das könnt ihr bei dieser auf dem Instagram-Kanal sehen. Da könnt ihr gerne mal gucken. Ich finde das ... Will ich verlinken. Ja, okay. Also das heißt, in dem größeren Hobby-Brettspiele hast du so das Malen für dich noch so als Nische entdeckt, Lisa. Und der Dennis macht halt den Podcast. Das ist ja dann deine Nische, ne, Dennis? Ja, genau. Das ist halt so. Und davon ist ja das Schöne, dass wir beide von mir bei den anderen exklusiven Tätigkeiten profitieren. Also ich profitiere natürlich massig davon, dass das wunderschön ist. Das würde Lisa ja nie von sich selber sagen, aber es sind halt einfach wunderschön bemalte Figuren. Also das ist halt einfach super toll und davon profitiere ich natürlich extrem, weil es halt einfach nochmal mehr Freude macht, wenn halt die Max halt richtig cool aussehen und die Anführer bei Scythe und bei Quartios die Würfel und so. Das ist total toll. Und gleichzeitig glaube ich, dass halt durch den Podcast natürlich Lisa davon profitiert, dass ich einfach mehr Wissen in manchen Bereichen einfach mitbringe und mehr Ideen nochmal sammeln kann und so weiter und da einfach mich einarbeiten. Und so ist ein bisschen die Verteilung bei uns dann auch. Sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, der Mehrwert für euch, das Malen schon größer ist. Aber ich glaube, weil du auch selber das Wissen auch hast, ich glaube, deswegen schätzt du es für dich auch das Malen höher ein, weil du es sehr genießen würdest, auch wenn jemand da wäre, der für dich Figuren die ganze Zeit anmalt. Ja, vielleicht. Ich hätte einfach gern selber die nötige Zeit, das selber zu tun. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch immer sehr gut, dass Dennis mit frischen Ideen kommt. Und ich bin einfach nicht so tief in dem Hobby drin inzwischen mehr wie Dennis. Also Dennis hat irgendwann angefangen, wo ich dann wirklich, glaube ich, auch angefangen habe zu malen, hast du dann angefangen, dich noch tiefer mit Brettspielen insgesamt auseinanderzusetzen und auch irgendwann den Podcast aufzunehmen. Dennis hat sich auch immer viel professioneller auf die Brettspielmesse vorbereitet, als er das erste Mal mit einem selbstgebastelten Reader ankam, wo alles drin aufgeführt war. Der steht auch noch schön in unserem Regal, damit wir es nachvollziehen können, was auf der Messe passiert ist und was wir uns angeguckt haben. Da bin ich dann irgendwie nicht mehr hinterhergekommen, so ganz damit. Und genau, das war aber dann auch so ein bisschen der Deal, damit ich wenigstens so ein bisschen das noch mitentdecken kann, was Dennis mir da an Vorsprung hat, dass wir dann auch einen Tag immer zusammen auf die Brettspielmesse nach Essen gehen, weil das auch die erste Brettspielmesse war, auf die wir zusammen gegangen sind und ich das total wichtig und toll auch für uns fand, neue Sachen zu entdecken, gemeinsam auch. Genau, und deswegen, also das bereichert mich auf jeden Fall total, wenn Dennis da neue Ideen mitbringt, weil wir wissen ja auch, was wir gerne spielen und wir wissen auch, wenn wir Spiele irgendwo sehen, hey, das könnte dem anderen total gut gefallen und danach suchen wir ja auch unsere Spiele aus und ja, das ist schon, ich glaube, davon profitieren wir wirklich gegenseitig. Ja, sehr schön. Also das Spielen eint euch in allen möglichen Bereichen und ja, jeder von euch hat so ein bisschen noch so den Fokus, der das dann nochmal für den anderen mitgrößer macht. Sehr schön. Genau. Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und genau, also wir sind da beide, das passt halt einfach sehr gut, weil wir in vielen Bereichen halt auch einfach eine ähnliche Basis haben mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also Serienfilme, da haben wir so eine große, große Überschneidung an gemeinsamen Geschmack. Also wir sind beide jetzt nicht so diejenigen, die diese Romkos super viel gucken wollen und müssen. Das darf es auch schon mal sein, das ist überhaupt gar keine Frage, aber das ist jetzt nicht so unser Hauptaugenmerk. Das sind eher dann gut erzählte Geschichten. Ja. So vom Genre her sind wir ja auch nicht eingeschränkt bei Brettspielen. Also es ist jetzt auch nicht so, wir haben Freunde im Brettspielkreis, die sagen, ah, hier so Raumschiff oder so Weltraumspiele, mag ich überhaupt nicht vom Thema. Also das gibt es bei uns nicht, sondern wir, es gibt wenig Themen, die irgendwie nicht gehen. Das ist eher für mich das größere Ausfallkriterium, wenn das Artwork so gar nicht mir entspricht. Aber selbst dann würde ich dem Spiel auch eine Chance geben und es mal ausprobieren. Ja, du bist ja Hansa Teutonica, ist ja trotzdem ein gutes Spiel, auch wenn du das Artwork auch nicht... Und ich finde das gar nicht so schlimm. Mareike findet das nicht so schön. Ich finde die Architekten... Ja, nee, tut mir leid. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Ja, das ist sehr, sehr speziell, dass die... Das ist nicht so. So meins. Nee, wahrscheinlich das Einzige, das was Dennis dann ja auch nicht so gerne hat, diese hier echten Konfliktsimulationen. Dieses, hatten wir ja auch schon mal besprochen, Dennis, diese ganzen Welt, wo echte Konflikte irgendwie als Thema aufgegriffen werden. Nee, ich möchte ja, also ich finde, Brettspiele sind ja auch immer so ein bisschen Eskapismus. Also der, weiß ich nicht, ich finde halt die Idee irgendwie cool. Ich mag den Fluff auch immer bei den Spielen, also wirklich die Welt und weiß ich nicht, worum es geht. Ich mag auch gerne die Texte vorne so ein bisschen wissen, wie die Welt funktioniert. Deswegen mochte ich Scythe auch immer sehr gerne, weil die Welt halt irgendwie sehr cool und ungewöhnlich ist. Ich würde durchaus mal U-Boot spielen, diese U-Boot-Simulation. Also das finde ich irgendwie interessant, weil ich auch Simulationsspiele interessant finde auf dem Computer. Aber so Kriegssimulationen, also das ist ja auch nicht meins. Ja, wenn man irgendwo dann halt eine Gruppierung spielen muss, jemand dazu gezwungen ist, wo man halt sagt so, okay, also selbst wenn ich die Spiele will, ich nicht, dass die gewinnen. Also das ist halt einfach so, das ist halt einfach was, was ich nicht, da kann ich mich dann auch nicht drüber freuen. Ich glaube, dafür gucken wir beide halt einfach oder interessieren uns beide zu sehr dann auch für das echte Geschehen halt dann an der Stelle. Ja, ich verstehe. Das ist zu ernst. Also ich weiß, es gibt ja auch ein Spiel, spielt man jemanden im Koma oder im... Ja, ja. Du weißt, was ich meine, das war vor ein paar Jahren auch mal auf der Brettspielmesse. Da muss ich auch sagen, es ist schön, dass es auch so ein Thema im Brettspielbereich gibt, aber das ist mir auch zu nah. Also das nimmt mir dann tatsächlich auch so ein bisschen den Spaß am Spiel. Ja, ich verstehe. Okay. Das ist auch nicht meins. Ja, okay. Hättet ihr zum Abschluss noch so ein paar Tipps für Paare, die vielleicht auch sagen, ah, das Brettspielen könnte vielleicht für uns sein, was uns als Hobby begleitet? Probiert euch aus. Das auf jeden Fall. Seid ehrlich miteinander. Ja, man muss gucken, wo eure Schnittmengen liegen. Also was euch beiden Spaß macht. Ein bisschen sich zurücknehmen. Also ich spiele Spiele, die ich vielleicht nicht ganz so toll finde, spiele ich da trotzdem mit und finde sie toll, weil Lisa sie schön findet. Und dann gebe ich mir auch Mühe mit den Spielen. Also das ist halt, und das ist umgekehrt bei Lisa genau dasselbe. Genau. Und das muss sich halt so ein bisschen ausgleichen. Genau. Aber wir vielleicht auch zusammen was aussuchen. Das finde ich immer wichtig. Also sich vielleicht auch unabhängig voneinander was aussuchen. An Brettspielen machen wir für die Brettspielmesse und dann gucken, hey, wo sind denn unsere, was sind die Sachen, die wir beide cool finden? Wo lassen wir uns vielleicht überraschen? Ja, genau. Also obwohl ich mich ja so gut vorbereitet hatte, hast Knar ja du zum Beispiel entdeckt. Das war ja was, und das ist ja ein total tolles Spiel. Und das ist mir halt dann durchgerutscht. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das sollte man als Paar, sollte man diesen Vorteil, den man gegenüber Einzelspielenden einfach hat, sollte man auch benutzen. Und da sich einfach drüber im Klaren sein, das ist eine Person, die nicht in Konkurrenz zu meinen Spielewünschen steht, sondern im besseren Fall bereichern kann und das verdoppeln kann. und mir meine weißen Flecken quasi auch wegnehmen kann. Und das finde ich total toll. Ja, sehr schön. Ja, ich finde vor allem dieses sich gegeneinander absprechen und so eine gemeinsame Sammlung aufbauen, das finde ich eine tolle Sache bei euch beiden, dass es so eure Sammlung ist und dass ihr das so gemeinsam entwickelt und das gemeinsam irgendwie diskutiert, was da reinpasst und die Gruppe im Hinterkopf habt, finde ich sehr, sehr schön. Die Entscheidung, warum wir in unserer jetzigen Wohnung sind, ist nicht hauptursächlich, aber schon ursächlich daher getroffen worden, dass wir einen sehr großen Tisch anschaffen konnten, wo dann halt Brettspiele gespielt werden konnten und wo genug Platz war. Also das war so, wir hatten keinen Need dafür, diese Wohnung zu nehmen. Also unsere vorherige Wohnung hat 85 Quadratmeter und wenn man ehrlicherweise sagt, das reicht für zwei Personen vollkommen aus. Jetzt haben wir so 145 Quadratmeter und als wir das Angebot hatten, diese Wohnung zu nehmen, war das so, dass wir gesessen haben und gesagt haben, dann brauchen wir das wirklich, wollen wir das Geld dafür im Monat mehr ausgeben. Und dann war es auch relativ schnell klar, ja, guck mal, wir können da einen riesigen Tisch reinstellen und haben genug Platz für Regale und können noch anbauen und so weiter. Und ja, das war, das hilft halt auch dann. Also das ist leider auch die Messlatte, wenn wir irgendwann nochmal umziehen wollen, ob dann unsere Brettspiele und unser Tisch da so reinpasst. Verstehe. Also wir gucken uns ab und zu schon mal Häuser an, dann auch direkt und dann ist auch so, ja, das kannst du schon vergessen, da passt unser Tisch nicht rein oder passt die Brettspiele nicht rein. Oder andere Häuser sind dann interessanter, wo Leute vielleicht sagen, oh, da sind gar keine Kinderzimmer dabei und wir aber sehen so, da kann man ein Brettspielzimmer einrichten. Sehr schön. Verstehe. Ja, wunderschön. Ja, ich finde, wir haben das Thema jetzt relativ gut abgearbeitet, oder? Fällt euch noch irgendwas ein zum Thema Brettspiel als Brettspielpaar? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Also ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man, also finde ich, dass man so Sachen gemeinsam macht, wenn man die Chance dazu hat. Das ist, glaube ich, das echt das Allerwichtigste, sich das als gemeinsames Ding zu sehen. Und dann ist ja trotzdem Platz für, wie wir das ja auch schon gesagt haben, für einen selbst in dieser, also man ist nicht einfach nur dann diese Paarmenge, was ja schon so ein bisschen Individualität auch aufgeben kann, so gefühlt, weil man so nur als Paar wahrgenommen wird, auch als Brettspielpaar. Aber in dieser Melange aus Lisa und Dennis ist es ja so, dass wir Individuen sind, die halt unterschiedliche Aspekte auch einfach ein bisschen mehr machen. Also die, ich sage mal, Konfliktspiele, die wir spielen, also die konfrontativ mehr sind und auch wo mehr Interaktion ist, die bereite ich meistens vor. Du machst halt andere Spiele, die dann halt eher auf, so Euro-mäßig singulär bei sich stattfindet, wo weniger Spielerinteraktion ist. Die bereitest du eher vor. Und ja, das ist so. Und das ist halt ganz cool, weil es ist nicht immer Lisa, die erklärt oder Dennis, der irgendwie neue Brettspiele mitbringt, sondern es ist halt, beide machen was. Das ist aber, glaube ich, schon klar für andere, wo so die Schwerpunkte da auch. Wir haben ja auch in unserem Brettspielkreis ist das ja immer so, ah ja, das ist ein Dennis-Spiel oder das ist ein Lisa-Spiel. Und unsere Freundin, die lacht schon immer, wenn die sieht, was für ein neues Brettspiel wir irgendwo aus einer Tasche ziehen. Ah ja, das ist ein Lisa-Spiel, wenn da vorne Bäume drauf sind, dann ist es meistens so. Oder Pilze. Ja, das ist ein Lisa-Spiel. Genau, richtig. Verstehe, verstehe. Ja. Und bei mir ist dann eher Space oder so. Ja, ja. Okay. Obwohl, das ist ja auch nicht fern von deinem Thema, Lisa, wenn ich das nicht verstanden habe. Nee, nee, nee. Also ich bin durchaus Space. Das ist auf jeden Fall eine große Schnittmenge, auch so Mittelalter-Spiele und sowas. Ich glaube, bei dir ist es eher, wenn es sehr abstrakt und taktisch wird, das ist, äh, es ist eher für die anderen dann so, ah, das ist jetzt ein Dennis-Spiel. Ja. Da muss man schon genau hinschauen, um das zu entscheiden, ob es ein Lisa- oder Dennis-Spiel ist. also ganz so einfach ist es nicht, ja. Nee, nicht gar nicht. Ja, gut, gut. Ja, sehr schön. Ähm, ja, also mich würde auf jeden Fall von den Hörenden da draußen interessieren, also die, die Paare sind, wie habt ihr das mit, ähm, ja, wie viel spielt ihr als Paar? Also jetzt bei euch beiden, ihr spielt, äh, wenig, äh, Brettspiele als Paar, dann eben Videospiele mehr oder, äh, ja, andere Dinge, die ihr gemeinsam macht. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie das so bei anderen Paaren ist, wie, wie da die, die, ähm, das Verhältnis ist zwischen, ich spiele in der Gruppe als Paar, ähm, oder ich spiele als Paar als Paar. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, den fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, ist, wir haben natürlich keine Kinder und damit keine Verpflichtungen und haben natürlich damit auch einen ultragroßen Freiraum einfach an der Stelle, um halt auch, ähm, also uns flexibel mit anderen Leuten zu treffen. Ja, klar, okay, das, äh, das ist sicherlich ein Aspekt, ähm, ja, würde mich trotzdem interessieren, äh, bei von euch da draußen, wie ihr das so handhabt, ähm, jetzt so gefühlsmäßig würde ich sagen, ist das ungewöhnlich, äh, wie ihr das handhabt, ehrlich gesagt, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich finde das total schön, dass ihr so viel als Paar in einer Gruppe spielt und dass nicht jeder so seine eigenen Gruppen hat und dann, dass man dann so, dass nur ihr zwei spielt. Ich finde es eigentlich total sympathisch, äh, dass das immer in einer Gruppe mit euch stattfindet, ja. Obwohl ich immer nur mit Dennis spiele. Ich prangere das an. Du kannst, du kannst auch deine Jungs mitbringen. Wir haben genug Platz hier. Ihr könnt gerne mal, äh, nach sie kommen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist ja eher, dass, dass Lisa dann samstags so oft arbeiten muss. Ja, genau, das ist, glaube ich, warum das bisher nie so richtig gut geklappt hat. Das stimmt. Das ist das Manko. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, super. Dann, ähm, wenn, wenn, Lisa, hast du noch was, was ich vergessen habe? Was der Dennis vergessen hat? Was du noch loswerden willst? Nö, also, ich denke, es ist zu dem Thema alles gesagt worden. Sehr schön. Für das meiste. Ja. Höchstens, was mir jetzt einfallen würde. Höchstens, wenn Citadel oder Army Painter Lust hat, mit dir einen Endorser-Vertrag zu machen, dann können sie sich auch über Instagram melden. Genau, können sie sich, gerne, ich leite das dann weiter. Die können mich dann anrufen, dann leite ich das an Lisa weiter. Ja, ja, ansonsten hoffe ich, dass das, dass das spannend war. Ich fand das, ja, war ein ganz anderes Thema, was man so bespricht, wie das Brettspielen so als Paar funktioniert, weil, ja, meist ist das ja so, so eine sehr solitäre oder ich bezogene Perspektive, die wir hier so besprechen. Jeder Spiel spricht immer von den Spielen, die er gespielt hat. Und daher fand ich das heute mal, ja, ganz schön, in diese Paar-Perspektive einen Blick zu werfen. Ja, vielen Dank, vor allen Dingen an dich, Lisa, für deine Zeit. Sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns dann nochmal wieder im Podcast, wer weiß. Und für dich auch, vielen Dank, Dennis, natürlich. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Nee, du musst es. Ja, danke fürs Zuhören, schreibt es uns gerne. Ach nee, wir haben eine Autofrage vergessen. Guck mal, ich bin schon, ja, so, und dann, euer, eure Empfehlung für Pärchenspieler. Wenn jetzt ein Pärchen ein Spiel braucht, jeder darf ein Spiel nennen. Als wirkliches Paar-Spiel? Was das Paar potenziell auch zu zweit spielen kann. Ja, okay. Aber wo es auch mit in eine Gruppe gehen kann. Also kein reines, hier so ein Pärchen-Spiel. Was ist denn das, das nicht? Aber eins, was man auch, halt zu zweit spielen kann und was man irgendwo mitnehmen kann. Also. Würdest du anfangen? Ich habe noch keine Idee. Ich muss da noch einen Moment drüber nachdenken. Das finde ich gar nicht so einfach. Also ich fange mal an und ich nehme eins deiner aktuellen Top-3-Spiele. Und zwar Obsession. Wunderschön. Weil ich glaube, dass es ein gutes Spiel ist, was man auch zu zweit spielen kann. Dirk und ich haben das ja oft genug dann digital zu zweit gespielt. Und das finde ich, das skaliert auch wunderbar. Also ich habe es jetzt in fünf verschiedenen Gruppen auch gespielt. Zu fünf würde ich es, glaube ich, nicht mehr spielen. Also da finde ich es dann, oder nicht so häufig auf jeden Fall. Also da finde ich drei oder vier finde ich schon besser als fünf. Aber deswegen, ja, Obsession würde ich, glaube ich. Also empfehle ich das aktuell, glaube ich, so ein gutes Paar-Spiel, wo man auch gemeinsam dann halt drüber lachen kann und so ein bisschen, wenn man da mit Humor rangeht. Sehr schön. Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Ich überlege gerade, was wir zu zweit heute gespielt haben. Also ich gucke gerade in unsere Brettspiel-Sammlung und versuche mich zu entscheiden. Aber da wir so wenig zu zweit spielen, meistens, wie Dennis schon gesagt hat, spielen wir die erst mal als Testprobe zu zweit. Aber was würdest du dann, okay, wenn ihr nicht so viel zu zweit spielt, was hättest du denn dann für ein Spiel, für ein Pärchen, was man gut mitnehmen kann? Wo man als Pär sagt, wir nehmen das schön mit. Okay, gut. Da würde ich sagen, was haben wir denn mit? Warte mal. Also wir nehmen in der, was ich immer ziemlich cool finde, ist Kartograf, was man auch gut will. Das ist ja eigentlich egal, mit wie vielen Leuten man das spielt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und Palm Island finde ich tatsächlich auch sehr schön. Das ist dieses, was man in einer Hand spielt. Ja, genau. Das nehme ich tatsächlich auch. Das habe ich natürlich auch noch mal alleine gespielt. Aber ich finde das auch zu zweit. Das haben wir mal gespielt. Da sind wir von einem, von aus der Kölner Arena von den drei Fragezeichen. Da haben wir noch ewig im Parkhaus gestanden und haben das dann, weil es einfach mit im Auto lag, während alle anderen sich aus dem Parkhaus gedrängelt haben, im Auto sitzen, so lange gespielt, bis keiner mehr da war. Ah, sehr schön. Das ist auch eine, das finde ich auch ein schönes, kann ich auch empfehlen. Ist auch einsteigerfreundlich und man kann sich sogar noch so ein bisschen mehr dazu spielen, wenn man mehrere Runden spielt. Also man kann auch zusammen an einem Ziel arbeiten. Das mag ich auch sehr gerne. Ja, sehr schön. Wann wart ihr bei den drei Fragezeichen in der Kölner Arena 2019? Ja, das kann sein. So ein Darts um den Dreh. Bei hier der dunkle Taipan. Der dunkle Taipan. Der dunkle Taipan. Ja, da wart ihr mit meiner Frau und Tim gemeinsam in der Kölner Arena. Ah. Cool. Ja, sehr schön. Ja, prima. Warum haben die sich damals nicht gemeldet? Die mussten früher los. Der Tim hatte am nächsten Tag Schule. Ja, cool. Dann haben wir doch so schöne Empfehlungen. Obsession und ja, Kartograf und Palm Island. Palm Island finde ich eine sehr spannende Empfehlung. Aber ja, da geht es dann vielleicht eher darum zu zeigen, was kann denn überhaupt ein Spiel sein? Finde ich schön. Gut, dann habe ich jetzt nichts mehr vergessen. Daher. Du musst noch was empfehlen. Was du. Was ich als Pärchen mit. Also was ich, was ich nicht gespielt habe, was ich super gerne eigentlich dringend mal mit meiner Frau spielen würde, ist Watergate. Von Matthias Kramer, ne? Genau. Von Frosted, ne? Bitte? Von Frosted. Nee, ja, bei Pegasus. Ja, genau. Das ist die Watergate-Affäre quasi als Brettspiel. Sowas mit einem historischen Touch. Wobei das natürlich so auf meine persönliche Paarsituation bezogen ist, aber ja, so ein Ich glaube, das kann man trotzdem, das ist natürlich, weil es ein Zwei-Personen-Spiel ist, kann man nicht gut mitnehmen, aber wäre vielleicht auch etwas, um zu zeigen, guck mal, das kann auch Brettspiel sein, was sich wirklich ernsthaft mit einem historischen Thema beschäftigt, wo viel Recherche reingeflossen ist, was irgendwie spannend ist, durch die wahren Begebenheiten des Spiels. Ja. Das wäre auch noch so das Level an wahrer Begebenheit, die uns bei uns, glaube ich, nicht negativ aufstoßen würde. Ja, das wäre nämlich auch so, das, was ich noch machen würde, das ist ein Konflikt gewesen, aber kein Konflikt, wie so ein militärischer Konflikt, wo ich irgendwas Komisches tun muss. Ja. Gut, dann haben wir es, oder? Ja. Prima. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info at theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung da lasst. Vielen Dank und bis bald. Warum ist dein Vater mein Schwibbschwager? Dein Schwager? Nein, Liebes, das wäre ja Renates Bruder. Dein Onkel hat recht. Helmut weiß in diesen Dingen immer so gut Bescheid. Nein, nein, wir ergänzen uns nur sehr gut.